CO2-Patrone tauschen für nur 4,44 Euro. Hallo an alle Wassersprudler in Jena und Umgebung. Falls ihr euch fragt, wo ihr eure nächste CO2-Patrone tauschen könnt, kommt zu uns in die Medimax in Jena im Burgerpark. Dort tauschen wir sie für euch für nur 4,44 Euro. Das freut nicht nur euren Geldbeutel, sondern auch der Umwelt. Denn alle CO2-Patronen werden in Deutschland abgefüllt, sodass die Trampfortwege kurz gehalten werden können. Und das E-Töpfchen an der ganzen Sache ist, dass ihr jedes Mal 2 Cent nach Afrika spendet für Trinkwasserprojekte in den jeweiligen Gegenden. Also, kommt zu uns in den Burgerpark zu Medimax. Wir freuen uns auf euch, euer Medimax-Team.